Für unsere Kunden steht der Trailer im Mittelpunkt. Um den Arbeitsalltag für Flottenbetreiber, Spediteure und Fahrer so wirtschaftlich und effizient wie möglich zu gestalten, entwickeln wir unsere Fahrzeuge stetig weiter, auch im Bereich der Digitalisierung. Mein Name ist Tim Kurka und ich stelle Ihnen heute den KRONE Smart Trailer Check vor. Der KRONE Smart Trailer Check ist eine digitale Checkliste, mit der die analoge Sichtprüfung vor Inbetriebnahme des Fahrzeugs digitalisiert wird. Dies funktioniert mithilfe einer App, die auf einem mobilen Gerät installiert wird. Der Fahrer startet die App, meldet sich anschließend an, verifiziert das Fahrzeug über die entsprechende Win-Nummer, die Auswahl des Fahrzeugs, die in den Stammdaten hinterlegt sind, oder mittels Barcode vorne an der Stirnwand. Anschließend landet der Fahrer im Dashboard. Im Dashboard sieht der Fahrer die abgeschlossenen, offenen und mangelhaften Prüfergebnisse. Entsprechende Schadensdetektionen können wir auch mittels Augmented Reality durchführen. Das heißt, dass wir optische Schäden, beispielsweise hier an einem Reifen mit einem Reifendruckkontrollsystem, umgehend ermitteln können. Dafür hält der Fahrer das mobile Gerät vor den Reifen und visuell wird ihm auf dem Gerät ein möglicher Schaden, sowie aber auch der Reifendruck und die Temperatur dargestellt. Eine weitere Möglichkeit ist die Fahrzeuginnenhöhenermittlung des Trailers. Dafür nimmt der Fahrer das mobile Gerät, setzt einen Punkt auf der Ladefläche, zieht dann das Gerät nach oben bis zur Unterseite des Querspiegels, setzt einen zweiten Punkt und bekommt dann die Fahrzeuginnenhöhe angezeigt. Eine weitere sicherheitsrelevante Funktion ist das Erkennen von Verschlusssystemen, ob diese geschlossen oder geöffnet sind. Hier beispielsweise an einem Profi-Liner mit einem Werkzeugkasten. Dafür öffnet der Fahrer den jeweiligen Prüfschritt in der App oder wird entsprechend auch angeleitet, hält das mobile Gerät vor das jeweilige Verschlusssystem und bekommt visuell dargestellt, ob es geschlossen oder geöffnet ist. Das sind nur einige Funktionen der digitalen Checkliste. Weitere Vorteile vom KRONE Smart Trailer Check sind die frühzeitige Erkennung von beschädigten Fahrzeugkomponenten, sowie auch, dass alle durchgeführten Prüfschritte nachweisbar und unverfälschbar im KRONE Telematics Portal als Report für alle Nutzer abgelegt werden. Übrigens haben wir auch auf der diesjährigen IAA den Trailer Innovationspreis 2019 in der Kategorie Safety gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.